Was sind Kolobome, Herzfehler, Koanalatresie, Wachstumsstörungen, Genital- und Ohrenkrankheiten? Kolobome, Herzfehler, Koanalatresie, Wachstumsretardierung, Genitalanomalien und Ohranomalien sind eine genetische Erkrankung, die bei etwa einem von 10 000 Säuglingen auftritt. Dieser äußerst seltene Zustand ist mit Abnormalitäten auf dem achten Chromosom verbunden und kann sich auf verschiedene Weise manifestieren. Viele Menschen mit Kolobome, Herzfehlern, Koanalatresie, Wachstumsverzögerung, Genital- und Ohrfehler-Syndrom leben sehr aktiv, erfüllen ihr Leben und sind selbstständig, wenn sie im Erwachsenenalter angemessen betreut werden damit sie lernen können, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Der Begriff Kolobome, Herzfehler, Koanalatresie, Wachstumsverzögerung, Genitalanomalien und Ohranomalien ist ein Akronym, das die wichtigsten mit diesem Syndrom verbundenen körperlichen Anomalien umfasst, Kolobome, Herzfehler, Atresiaquane, Entwicklungsverzögerung, Genitalanomalien und Ohranomalien. Der Zustand wurde zuerst als Kolobome, Herzfehler, Koanalatresie, Wachstumsverzögerung, Genitalanomalien und Ohranomalien-Assoziation im Jahr 1979 beschrieben und später in Kolobome, Herzfehler, Koanalatresie, Wachstumsverzögerung, Genitalanomalien und Ohranomalien-Syndrom geändert, wenn genetische Untersuchungen ergaben die Chromosomenanomalien, die für die Erkrankung verantwortlich sind. Um mit Kolobomen, Herzfehlern, Koanalatresie, Wachstumsretardierung, Genitalanomalien und Ohranomalien diagnostiziert zu werden, muss ein Säugling mindestens für ihr der sechs häufigsten Anomalien aufweisen. Das Kolobom, ein Zustand, bei dem ein Loch um die Strukturen des Auges erscheint, kann Erblindungs- und Sehstörungen verursachen? Selbst wenn Patienten kein Kolobom haben, können sie andere Augenprobleme wie zu kleine Augen oder fehlende Augen haben. Herzprobleme bei Kolobomen, Herzfehlern, Koanalatresie, Wachstumsretardierung, Genitalanomalien und Patienten mit Ohranomalien sind sehr unterschiedlich, aber oft korrigierbar. Atresia quane ist ein Zustand, der durch teilweise verstopfte oder versiegelte Nasengänge verursacht wird. Einige Patienten haben auch Lippen, Gaumen und andere Geburtsfehler, die auf eine unvollständige Entwicklung im Mutterleib zurückzuführen sind. Die Verzögerung der Entwicklung kann von Entwicklungsverzögerungen im Gehirn bis hin zu langsamen Wachstumsraten reichen. Zu den Genitalanomalien, die bei Kolobomen, Herzfehlern, Koanalatresie, Wachstumsstörungen, Genitalanomalien und Ohranomalien bei Patienten auftreten, gehören auch Handwegsprobleme, und viele haben auch Probleme mit dem Endokrinensystem, wobei Drüsen die notwendigen Hormone unterproduzieren. Ohranomalien können von völliger Taubheit bis hin zu teilweise Hörverlust reichen. Die Patienten können auch Probleme wie Anomalien des zentralen Nervensystems, niedrigen Muskeltonus, Skoliose und Nierenanomalien entwickeln. Verhaltensprobleme sind ebenfalls häufig, obwohl diese häufig mit mitfehlender Sorgfalt angegangen werden können, die darauf abzielt, den Patienten die Möglichkeit zu geben, die Welt zu lernen, zu kommunizieren und zu erleben. Einige Babys werden mit so schweren Anomalien geboren, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie das Säuglingsalter und die Kindheit überleben. Andere Kinder mit Kolobom, Herzfehlern, Koanalatresie, Wachstumsretardierung, Genitalanomalien und Ohranomalien können behandelt werden und können bis ins Erwachsenenalter leben. Die Behandlungen können Operationen zur Behandlung von Geburtsfehlern, Medikamente zum Ausgleich fehlender Hormone sowie physikalische und Ergotherapie umfassen. Kolobom, Herzfehler, Koanalatresie, Wachstumsverzögerung, Genitalanomalien und Ohranomalien, Patienten benötigen Anwälte in Form von Eltern, Therapeuten, Lehrern und Ärzten, die ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur schulischen und persönlichen Bereicherung bieten. Wie bei vielen Kindern mit Entwicklungsstörungen wird auch bei Kindern mit Kolobom, Herzfehlern, Koanalatresie, Wachstumsverzögerung, Genital- und Ohrenkrankheiten mitunter angenommen, dass sie unbehandelbar sind. Tatsächlich haben sie jedoch die gleiche Fähigkeit zur emotionalen und intellektuellen Entwicklung wie alle anderen und viele von ihnen leisten unersetzliche Beiträge für die Gesellschaft.